An der Ferdinand-von-Steinweiß-Schule in Reutlingen hat es einen Wechsel in der Leitung gegeben. Bei einem Festakt haben Lehrer, Schüler und Eltern ihren bisherigen Schulleiter Rolf König verabschiedet und den neuen Schulleiter Dominik Kugler ins Amt eingesetzt. Die Ferdinand-von-Steinweiß-Schule ist für die Metall- und Elektroindustrie sowie das Handwerk der Region der wichtigste Ansprechpartner in der dualen Ausbildung. Ziel der Schule ist es, die Auszubildenden bestmöglich für die Zukunft im technischen und sozialen Bereich vorzubereiten.